Hey a nice survivors da draußen und willkommen zu unseren Playwallsubs auf der xbox ja es sind leider nur wenige personen ich meine es sind noch andere on die sind aber wo anders da und ja wir zocken hier grief also den modus schmerz und dann wechseln wir vielleicht sogar noch mal die teams also normalerweise ist es erst German survivalist gegen subscriber und vielleicht changen wir das ja noch irgendwie so wir können jetzt starten oder ja das ist schön festgestellt also zuerst einmal lese ich euch aus Ephigenia auf Taurus den ersten Aufzug erster Auftritt vor Halt die Fresse heraus in eure Schatten rege Wipfel des alten heiligen Sicht belaubten Heines wie in der Götten des Heiligtum mal auf meine Hälte können nur dreißen wenn wir nun mal wenn man da freizeit antun und in der Schule können dort durchleben ich bin ein Kollaps so okay ist es sich aber dass er hier zu machen ist es nervt mich dass es uns er war Dormark kann wie geil der Richthoffnung einfach mal sagt der so von am Lachen dann Armitglied der übrigens der soll sich nach der Gäbis anhören es ist so man heute mal immer die 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 um Sportballer Träger wollte gleich die von Gäbis an der sich die Richthoff nicht ähnlich der versucht mehr nachzusprechen der Scheiße was ich habe wirklich mal es wird doch etwas aufgefallen und dort ist wieder so ewig bis zum kommt und reichelt die können nachher aus spaß mal runde 20 starten und mädchen aus also geöffnet was er bei dem was er überlebt und wer gewinnt ich werde einfach nur weg mit dem körper und ich werde anfangen am besten so muss er dir beid ungenutzt doch nicht wer da hat jetzt nicht dabei ist er ich hatte gestern habe ich mit kettier auch griff aufbauen gespielt mehr nun war ein africa und er stand genauer aber nicht die ganze darum gegangen so ungefähr 70 mitweist man hätte wiedergekommen also immer noch zwischendurch mal verreckt und dann ist auch rausgegangen das mache ich ja so wird meinst du nein nein aber jetzt dabei also da stand der typ stand die ganze zeit in der lava ist dann lauge gegangen ich habe ungefähr bis runde vier habe ich ihn die ganze zeit reviviert hatte bei runde vier anfang runde vier 50 revives und dann ist immer noch nicht da gewesen dann hatte ich irgendwann 70 ungefähr 50 revives ja ja runde vier war es dann so anfang runde vier auf 50 revives ich glaube mein maximal was ich immer hatte war 40 oder so aber es war dann weil die gegner waren voll die idioten weil es ja schon die ganze zeit so in der lava anstatt wenn der aufsteht den in die lava reinzuneifen hat man ja gar nicht mehr reviven kann nein die stellen sich daneben und gucken zu wohl die die ohne aber er wird so weit von fünf aber mein höchstes der von 50 zu alle das wird gar nicht genug ach aber ich meine auch recht nur in Ordnung wird auf 1 nicht nur weg auf 2 macht so mit b was sagt man hier ist auch über den jacke nein nur auf die trance oder die reis nur auf den stadt wird sag ich mal dory story wo er in Europa klar und er wird mit dem Bruder durch Prozent vorliegen auch zu verwitzen keiner checkt so ich bin müde ich dachte ich bin zu müde ist es nur um alle ich war gestern Abend weg Kollege ich bin schnürstiegel stichst du mal jahrstuhlige wer zieht eine Box und ich muss verhindern erster mehr aber da geht einer drohe 2 wer hat das schon gefällt Nö der Tafk oder irgendwie so ich habe einfach mal reingeschubst in die Lava ja der stand ja gestern rum dann habe ich ihn einfach mal reingeholt mal gucken Punkte boosten er hat schon die ganze Tafk schon von Anfang an ok jo Punkte sofort Sieg du schamst ja zum Eliminierung am besten ihr beschützt mich mal dann booste mir mal ein paar Punkte ja ich glaube so viele kommst du nicht das ist Herr Domen denn verliebt ja unser Team wow nein 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 auf Xbox so scheiße weil ihr sprecht dann wird der Gameplay sound leise und dann höre ich die Zombies nicht hinter mir aha du kannst du da noch mal labern PS3 ist immer noch also die Einstellungen aber hier da sind alle komischen Einstellungen eingestellt und nicht nur die Ingame Einstellungen ja aber Ingame ist eigentlich trotzdem auch noch leise genug verhämter komp ja also j� da ich doch mal du bist mich nochmal rein was he 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 was macht ihr da was macht ihr da oder ist er wieder gleich mit da rein Ich verstehe. Revive-te machen! Komm! Dann könnt ihr auch einfach hinlegen um zu reviven, ey. Dann könnt ihr auch nicht weggenivet werden. Oh doch! Das hatte ich mal in einem Playstation-League-Match. Wir hatten zwei Galfer Knuckles und einer lag auf dem Boden und wir haben den noch weggenivet und dann hat er den anderen nicht mehr wiederbleiben können und dann ist er gestorben. Was geht denn mit Knuckles? Ja, also mit Knuckles, die sind ja noch stärker und deswegen fliegen die noch weiter weg. Selbst wenn einer liegt, ich meine, du schiebst jetzt auch immer nur noch ein paar Zentimeter weg, aber wir haben das zurzeit geschafft, den auch so weit wegzuschieben, dass er nicht mehr wie Reifen kann. Und dann hat er da gestorben. Nein. Ja, das wusste ich mir jetzt noch nicht, das ist aber schon wieder ziemlich geil eigentlich. Hätte ich sagen, hört sich ja ziemlich amüsant an. Muss ich ja schon leicht schmunzeln, gerade wo ich das gehört habe. Fubi, Jumma. Sehr ruhig. Also ich habe noch mehr so ein Witz auf Lager, ne? Ich glaube, dass jemand schon wieder tot. Immer raus damit, immer raus. Nicht schon wieder, immer noch. Nein, schon wieder, der ist eben schon mal gestorben. Ja. Aber der ist immer noch ab. Nein, wie schon? Oh mein Gott. Wie schon? Oh mein Gott. Da, aber, Freund. Was? Doppelder Punkt. Soll ich hier weiter hin zu Leifen, denn? Mit zwei Personen, das irgendwie ein bisschen der, nicht aber egal, mal klopfen. Ja. Oh, Alter. Nein. Mach Select, will YY machen. Hat sie mir geklaut. Hat sie mir geklaut. Alter. Ah, wenn du, wenn du das bei Zombie drückst, dann hast du, dann bist du dort. Ja, ich hab's gar nie probiert. So beschissen war PS3, ne? Aber was ist denn das? Das ist ja gar nicht hier. Das, das kannst du ja sofort wegdrücken. Bei PS3 rufst du gleich das Profil auf. Da musst du erst mal eine halbe Stunde laden. Dann musst du wieder eine halbe Stunde. Ja, dann kommt das nicht. Das ist sowas. Du hast doch keine Chance, da irgendwie was wegzumachen. Das ist schon 2. Was ist denn da los? Ja, der Standard down und der andere. Ja, der andere. Ah, irgendwie irgendwie. Recht abkommt. So, nochmal Double Tap. Duble Tap. Hast du auch schon Jack? Nö. Warum wolltest du dein Duble? Duble hol ich mir immer. Jack brauch ich's nicht in den ersten Runden. Bin ich schon. Ja. Also, ich würd's machen. Hab ich ein bisschen besser. Mit Double Tap brauchst du noch weniger Schüsse, deswegen Spaß oder erstmal Moni damit noch. Aber mit Juggernaut gehst du auf Nummer sicher. Ja, ich geh auch so auf Nummer sicher. Ich geh jetzt sowieso nicht da unten in den paar Runden hier. Ja. Hoffentlich Stirnbuster gleich, dann lade ich die da nicht hoch. Ja. Dann... Dann mache ich die Aufnahme weg, dann lade ich die da nicht hoch. Pussy, Alter. Nein. Wieso hast du immer noch Aufnahmen? Ja. Wie ich gleich nie Narwanaifen kann. Wenn ich wieder nie Narwanaifen kann. Eik, a Pussy. Ja, ich hab Eich. Äh, ich hab Eich. Der kommt dann Schwierfern und ist die ganze Zeit nicht da, ey. Deswegen seid ihr schon mal im Nachteil Ha, das hat nur noch 290 Punkte Das hat nur noch 290 Punkte, wie geil Die RPG muss man punchen, das ist dann übelstes Epidepsie-Gewitter, Alter Das funkt und blitzt und oh mein Gott Es wird auch viel geiler jetzt, Alter Der Sound vom Juggernaut Die Tubas, nee, was ist das? Ich hab keine Ahnung, was hat Tubas gesagt? Ah, Tubas, keine Ahnung, ich kenn mich da nicht aus Ich kenn mich nur wenig aus 3 enemies are banned Ich hab noch nicht auf mich schnauzeilen Ich hab noch Take it, hold it, love it Meine 400 Punkte, und unsere Yeah, Butter, uuuuuh Alter Oli, wieso hast du so viele Punkte? Hast du noch gar nicht gekauft oder was? Was bist du? Doch, nein, geht schon Hat er gesagt? Ich hab mich zugehört Gutes Ich hab ja auch ne Nuke Ja, dann hau direkt rein Ja, dann hau direkt rein Ja, dann hau direkt rein Oh fuck Oh fuck Kannst du jetzt nehmen? Da ist der Nächste da Nein, kann ich nicht Kannst du nicht Kannst du nicht Weg dich hin Microcontroller war alle, dein Quatsch Reconnect Controller Alter Michael, ich hab gestern nochmal bei Amazon von dem Produkt geguckt wie lang der Akku halten soll Steht da 24 Stunden, aber bei mir hält er trotzdem irgendwie nur eine Stunde Ja, hast du also nicht so ein grünes Microsoft Teil Ja, es war so ein grünes Microsoft Teil Also, meins ist der Original Microsoft Ja, steht da vorn Microsoft Kannst das Ding einfach Schrott sein, ich weiß in den Müll Ja, ich kauf mir dann nochmal zu Für 15€ hab ich so zwei Ersatz-Aggus gesehen Ich weiß nicht, ob ich hier nur eins liegen hab sogar, Alter Die sollen 80 Stunden halten und Ja, das wär schon mal angenehm Besser als eine Stunde Ich weiß nicht ob die sie MP-Granaten oder wie die heißen Nice Können wir nachher mal ein bisschen was hier ausschalten Zum Beispiel deine Mom Was? Yeah, Teddy! 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 Mensch, Ammo Nice Ja, hab ich direkt von Sklo Bitte mal Bei dem sagen warum Wieso ist der denn immer noch AFK? Such dir immer noch dein Headset Du hast das ganze Haus aber schon was Hat dir eine Nachricht geschrieben, dass er sein Headset sucht oder was? Ja, er hat nur geschrieben Ja, ich suche mein Headset Und das war vor 15 Minuten Wahrscheinlich gar nicht mit jemandem angefangen hat Rette ich das ganze Haus und suche ein Headset Der kauft sich jetzt ein Headset bestimmt Ja genau, der geht eben rüber Ich habe mir ja kein Headset bitte Nein Wie schnell, ich muss Beta spielen Woah Auf Xbox kannst du kein Rapid Fire mit dem Pistol machen Das ist Totten Ja Mit dem scheiß Controller Ja, aber Deutz Klar kannst du das? Nein, kann ich nicht Einmal habe ich es geschafft Wahnsinn Okay Alle von uns da unten Alle? Fuck, ich bin tot Nee, einer lebt noch, oder? Ja, ich nicht Komm, du bist der Letzte Du musst es Eine revive, bitte im Haus Du musst es reißen Wir neifen dich auch nicht weg Ich hab noch gewinnt Ja, das sind jetzt so die Maschen hier Nope Jetzt kannst du reviven Einen kannst du noch holen Der liegt bei der MP5 Gib mal extra weg, sonst habe ich wieder das verlangt zu neifen Reifen Aber er kommt nicht hoch Ah, ich glaube das schafft er gar nicht mehr, oder? Wird knapp Doch schafft er noch, wenn das nicht ist Das war knapp Oh, schade Geht sogar noch vorbei Ja Ah, ich weiß noch Wo ich letztens Oli beweisen wollte Und dann genau gerade wo ich vor dem stehe Ist er weg Wo ist er hin? Ja, weg Tot Och, alter Er schlachtet jetzt im Himmelzombies Ich wollte auch gerade sagen, er schlachtet im Himmelzombies Echt jetzt? Also ich wollte nicht schlachtet, aber ich wollte Kill sagen, aber Nein! Oh! Jetzt habe ich aus Elektron 3 gedrückt Oh, nice Alter, wer ist das? Fubi Fubi, nimm meine Kanate auf Was? Nimm meine Kanaten Sind alle wieder da, ja, ne? Ne, das ist wieder einer Deine wieder nicht, der soll seine Hälfte suchen Verkaufen Oder er stellt sich gerade, ich selber eins Was wäre denn, Max? Das ist gar blöd, ne? Das ist blöd So aus Büchsen und so So Dosenbüchsen, baut er sich so ein Headset Bei Erbsdosen und so Hahaha Ah, geil, so ein kleiner Bügel hast du Hahaha So ein Stück Stoff an so einem Kissen oder so Und dann zack Ey, weißt du, hast du schon mal diese Diese 4 Schuss-Fabrikalen gepuncht? Die Erbsdosen, nein Wieso ist die gut? Okay So, keine Ahnung, ich hab die nur gerade Da mach ich tatsächlich mal, wenn ich genug Punkte hab Tja Ich glaube ich punch auch mal irgendwelche dummen Waffen jetzt, die ich sonst nie punchen würde Hab ich immer gemacht, ich hab immer nur erste dümmsten Waffen gemacht, was am lustigsten war Kark Habt ihr schon mal das ballistische Messer gespuncht? Na klar, hier Also hier, da hat das so komische grüne, ne rote Und das ist auch für das E-Stack wichtig auf Die Rise Das Ding zu haben Das muss man da eigentlich machen beim Die Rise E-Stack Was hast du gesagt? Das muss man da alles machen beim Die Rise E-Stack Also am Anfang, also es gibt wieder 2 E-Stack, eins für Richtofen, eins für Maxis Am Anfang sind beide gleich Also erstmal Strohmann und den Tisch bauen für die Neff Card Dann muss man auf den Fahrstühlen, das sind ja diese goldenen Zeichen Falls du die schon mal gesehen hast Ja, das haben wir nicht geschafft Ja, mit euch hab ich nicht geschafft Mit anderen hab ich schon geschafft Ja, da war ich auch dabei wohl Mit Fubicap und dann noch irgendwas Ja, wenn du mir erzählst, stelle ich da rauf, das Ding fährt hoch und dann bleibst du noch mal stehen Micha, ich hab das gestern selber noch mal probiert Ich bin auf Quick... Wo warst du? Auf Quick-River oder auf Speedcoder? Hecht ich doch nicht mehr, Alter Ich weiß nur, dass das Ding sagt, der Ding hält nochmal, dann hältte ich ja, okay Der ist vorher noch mal stehen geblieben Keine Ahnung, was zu führen Aufwärtsamtskeitslehrer hat das, keine Ahnung Gar nicht Ey, man braucht aber das Handic-Easter-Egg, um das Die-Rise-Easter-Egg zu machen, ne? Ne, braucht man nicht Ich denk mal, dass ich... Ich denk mal, dass ich dann... Man hat ja... Da ist Double Points Man hat ja in Transit schon so einen Tower aktiviert Im Endeffekt bei Die-Rise aktiviert man auch so einen Tower Und ich denk mal, bei den nächsten... Bei den nächsten zwei DLCs, denk ich mal, dass sie auch wieder irgend so einen Tower aktivieren müssen Und dann beim allerletzten kommt dann wieder sowas richtig Episches, keine Ahnung Die Erde wird zerstört, also richtig zerstört diesmal, oder? Keine Ahnung Oder man spielt wieder mit den alten Charakteren Oh, das wär geil, Alter Ja, die Vorgeschichte... Ich will die Vorgeschichte von Dr. Michael in Richtung oben mal zocken Und nicht nur lesen, das wär auch geil Ja, und dann wieder Jimsy und so Ja, Mann Oh, weißt du, da fällt mir grad grad was ein, ey, da muss ich euch gleich bei Skype schicken, Alter Ich war so lustig Moment, können wir jetzt schon mal direkt bei... ...Ding suchen? Ja, ja, extra immer Ich kann nicht reifen Ich kann nicht repen, sondern...